Der ökologische Fußabdruck im Ökodorf Siebenlinden beträgt ein Drittel des deutschen Durchschnitts. Das ist eigentlich genau das, was die Welt jetzt braucht. Guck mal, das ist der Thomas, der wohnt so wie vor 100 Jahren. Und ich habe gesagt, stopp, stopp, wir leben hier so wie in 100 Jahren. Ich bin seit 2007 hier. Es ist ein gutes Leben. Wir haben Spaß, leckeres Essen, niemals Langeweile, zufriedene Kinder. Wir haben zum großen Teil selbst in der Hand, wie wir leben. Und da habe ich mich gefragt, warum wir eigentlich nicht noch zufriedener damit sind. Puh, Spaß. Ein Burnout kann ich mir auch in der normalen Welt holen, da brauche ich nicht ins Ökodorf. Du kommst wieder mit, gell? Ja? Ich würde mir einfach mal wünschen, an der Stelle, ich will keine Extravurst, kein Garnix, einfach mal da gesehen zu werden. Ja, nein, eben nicht lustig. Das sind doch alle Individualisten hier, also guck dir den Haufen an. Vom erfolgreichen Versuch, nicht ganz falsch zu leben. Das ist ja schon mal. Und dann sehen wir uns mal wieder. Wir sehen uns mal wieder. Wir sehen uns mal wieder. Und dann sehen uns mal wieder. Ein bisschen. Untertitelung. BR 2018